Hey Leute, Lukas hier. Wir schauen uns heute ein kontralaterales Rotationswurst an. Das heißt, im Wesentlichen ist es das, dass ich zum Beispiel auch in einem Switch-Jab verwende oder dass ich verwende bei einem Superman Punch oder dass ich in der unteren Extremität für die meisten Kicks verwende, bei der es eine Torsion zu Schnurken und Unterkörper gibt. Das bestand man sonst als unseren Medizinball. Wir stellen uns mehr oder weniger in unsere Kampfstellung. Ein Ball vorne. Jetzt rotieren wir hier so, als hätten wir gerade oben den Cross geschlagen. Der Ball ist neben der Hüfte des vorderen Balls. Und dann wechseln wir hier. Eins, zwei und aus dem zweiten Wechsel heraus ein Schritt nach vorne und ein Wurf. Ein Schleuderwurf. Es ist kein Kugelstoßen, sondern tatsächlich ein Schleuderwurf. Von hier wechseln, wechseln, Wurf. Von hier wechseln, wechseln, Wurf. Oder haben wir noch! ���ollen, Mäbouble comment in die Chorgesie? Er... ... Mäbouble.